Nach Jahren harter Arbeit ist es soweit. Ich habe ein Monster erschaffen und es ist endlich bereit für den ersten Lüfteltest. Wieso funktioniert das nicht? Habe ich etwa bei der Steuerungssoftware einen Fehler gemacht? Sie fragen sich, warum Frankenstein für sein Monster Software braucht? Ganz einfach. Der berühmte Forscher steuert die Körperteile seiner Kreatur mit kleinen Computern, die er direkt in die Teile eingebaut hat. Spezielle Programme, die Steuerungssoftware, geben in jedem der Rechner vor, wie sich der zugehörige Körperteil bewegen soll. Doch die Programme haben oft Fehler, denn sie sind sehr kompliziert. Immerhin müssen sie nicht nur ihren Körperteil lenken, sondern auch reibungslos zusammenarbeiten, damit sich das ganze Monster bewegen kann. Jetzt koch Kaffee! Außerdem darf er Zusammenspielen nicht zu unerwarteten Aktionen führen. Also muss Frankenstein alle Fehler beheben. Wieder und wieder verändert er die Software und testet sein Monster. Tage und Wochen vergehen. Aber egal, wie sehr der Meister sich auch müht, es tauchen immer neue Probleme auf. Okay, Monster. Das ist deine letzte Chance. Koch Kaffee. Zum Glück kann Frankenstein geholfen werden. Denn jetzt gibt es eine Methode, mit der man automatisch qualitativ hochwertige Steuerungssoftware entwickeln kann. Das funktioniert ganz einfach mit Hilfe von Modellen. Zuerst muss man entscheiden, was das Monster alles tun soll. Dann überlegt man, wie es aufgebaut sein sollte, damit es die Aktionen ausführen kann. Das stellt man in einem Modell dar. Als nächstes beschreibt man alle Tätigkeiten. Jetzt muss man noch einplanen, wie sich die Umwelt verhält. Dann kann man virtuell testen, ob die Kreatur alles macht, was sie soll. Dazu werden aus den Modellen automatisch Tests abgeleitet und in einer Simulationsumgebung ausgeführt. So kann man das modellierte Monster immer wieder ausprobieren und verändern, bis es zuverlässig funktioniert. Erst dann baut man einen tatsächlichen Prototyp. Aber jetzt kommt das Beste. Aus den geprüften Modellen lässt sich die passende Software für den Prototypen automatisch ableiten. Und sie funktioniert sofort einwandfrei. Eigentlich ganz einfach. Besser als Frankenstein. Modellbasierte Softwareentwicklung von Fraunhofer First. Modellbasierte Softwareentwicklung von Fraunhofer First. Untertitelung des ZDF, 2020